Am 3.2.2016 begann alles. Am 3.2.2016 Loot-Ist-Game-Accounts, mein allererster Display hoch, Let's Play Super Mario Bros. World Part 1. Zu damaligen Zeiten, am 3.2.2016 war meine Qualität längst noch nicht so gut, hier heutzutage. Und dies ist fast auf dem Tag genau, 3 Jahre her. Und dies wird gefeiert. Dann morgen, am 3.2.2019 feiern wir 3 Jahre Game-Accounts, 3 Jahre lang, wo es fast täglich ist und wo alles Videos hochladen und alles entertainen bis passen and whatever. Dies wird gefeiert. 3 Jahre Game-Accounts, das muss man sich mal geben. Am 3.2.2019 direkt um 0 Uhr, Spritz, wir fangen an direkt um 0 Uhr mit den Game-Accounts Geburtstags-Stream. Wir werden auf alte Video-Projekte, wir werden Game-Sog mit der Community und einfach die ultimative Geburtstag-Party des Jahres krachen lassen. 3.2.2019 direkt um 0 Uhr in der Früh. Also vom 2.2. auf den 3.2. direkt um 0 Uhr in der Früh. Geht's los, wir streamen so lange in die Früh, bis wir Bock haben. Ich schaue das noch einen Kollegen organisieren, wer streamt. Und dann feiern wir, hoffentlich würdig, 3 Jahre Game-Accounts. Ich hoffe, ihr seid dabei und sag's jetzt schonmal Happy Birthday Game-Accounts.